hallo und herzlich willkommen hier bei so planet so und ja wir starten mal ich hab mal schon mal angefangen hier ne weil der start ist immer schwierig ich wollte was probieren und dann habe ich es gelassen habe aber erst wie lange habe ich gespürt eine stunde eine halbe stunden ist ein bisschen tief hier das ding ne das muss ein bisschen höher das muss ein bisschen ein bisschen ein bisschen und das gut das sieht schon besser aus so also wir haben schon nach einer stunde haben 1200 leute ja mal schön ballon kaufen das mögen die informationscenter hier und ich wollte hier mal ein bisschen in die höhe nicht also nur flach sondern ein bisschen in die höhe hier habe ich ein loch gelassen das hat grund weil ich später gerne ein zug einbauen möchte der muss aber geschlossen sein also er muss im kreis fahren und deshalb habe ich da in der erhöhung und ein loch gelassen dass man dann den zug hier durch anlassen kann so und dann muss ich ja irgendwas machen dann habe ich mir gedacht hier machst du hier mal ein paar viecher rein hier haben wir so komische wie heißen die denn überhaupt hier keine ahnung so pflege kleiner panda ist das ne das reicht das ist gut so und spenden tun sie immer noch nicht oder was immer noch keine spenden ihr sind ja blöd so ähm und hier oben habe ich mir gedacht so ein kleines gehege reicht doch für die pfauen ne haben wir hier pfaue drin sind das unterschiedliche ja das sind zwei verschiedene ne aber die gehen schon so wir haben hier einen ding ist alles gut hier jetzt müssen wir natürlich hier mal was machen hier sieht scheiße aus entweder machen wir eine wand hin könnte man theoretisch machen äh wenn der hier bauen wenn der und jetzt suchen wir uns eine schöne w an die wand was wir gehen wir morgen glas ist scheiße was eigentlich immer passt wäre eigentlich wie so äh mhm steuny oder so ne ein rad was ist denn das hier wasserfall wird der fach nee wende ich höre winde winde die sind scheiße aus ne das kann man nicht geben hier holzwände mhm sieht aber auch scheiße aus oder können wir doch machen aber dann sind wir ein bisschen klein hier über den hier so so machen wir es nicht wir drehen das aber wir können das auch so machen jetzt müssen wir aber hier von oben ein bisschen gucken dass das hier ein bisschen ein bisschen gerade ist hier sooo na muss ich gucke gucke so und jetzt kann ich das drehen und hier so machen und so machen und dann und dann man von unten sieht man es ja eh nicht ne es ist ja nur von unten jetzt haben wir hier wenigstens zugemacht man könnte auch ein bisschen pflänzchen hier sieht es auch noch beknackt aus hier ne da können wir ein bisschen natur ein bischen natur äh wir nehmen äh was nehmen wir äh ein schöner baum hier so hier können wir noch einen baum hin pflanzen oder da ist ja ein schöner baum hier so was kleineres hier dass man das nicht so sieht hier so so jetzt gehen wir mal gucken wie es aussieht hier ja da unten sieht es noch ein bisschen beknacker aus aber hier sieht es auch gut aus ah das sieht gut aus das ist nicht schlecht na jetzt habe ich hier noch ein kleines ähm Loch was können wir denn da reinballern Schildkröten oder sowas machen wir erstmal hier äh machen wir Glas ne Schildkröten Glas ist gut die hauen ja nicht ab oder sollen wir es höher machen einfach linke Maustaste höher ziehen oh verwandt was macht er denn da oh je so Schildkröten die machen ja nicht kaputt hier ne jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen kleiner machen hier vier Meter drei Meter vier Meter reicht oder so das passt so äh äh es reicht fast so und gleich fertig Tö 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 ich brauche nur Tö scheiße woher da ist scheiß Tö hin da muss es nicht stört oder hier können wir da vielleicht machen das stört nicht so so was brauchen Schildkröten brauchen immer ein bisschen Wasser Wasser große machen wir kleine ne ein bisschen ne oi das ist aber viel klein vier reicht schon ne Schildkröten ein bisschen Pinsel was machen wir hier rein hier Sand so jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser äh wo wo hier ich hoffe die kommen da rein hier ne so so die haben jetzt schon mal Wasser ähm was hat Tö jetzt müssen wir suchen Tierkendel Schildkröte Schreiben wir mal Schild Schild eine Russansildkröte kommt eins rein und dann noch eins rein drei Stück brauchen wir schon oder der soll ja auch ein bisschen voll werden hier so das reicht ähm was brauchen Schildkröten Schildkröten brauchen Slafen 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 hier so dann machen wir wieder beide hier ne ähm 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 ein Unterslupf brauchen sie haben haben wir nicht ne äh Trinky Trinky Brocken Klein vielleicht so ein Klein das kann man den hier auch nicht nüch 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 scheiße hier machen wir es hier das reicht schon Fressi äh ne das ist Trinken gewesen ne Klein können die so saufen ja die können so saufen oder na scheiße so das war Fressi Fressi ich weiß aber jetzt nicht brauchen die ne Platte oder nicht wo sind die denn noch nicht da wir haben nochmal was vergessen äh Spielzeug brauchen die auch noch irgendwas die brauchen noch kein Spielzeug oder doch können wir ein bisschen Ball spielen hier äh nur eine kleine Sussel bringt vielleicht auch noch was äh wir brauchen noch eine wichtige Information Information hier ist eine Bildssirme und eine Musikbox äh eine Sintgrote ist es und da dann können wir verbinden wir so wir gucken schnell Tierpfleger zuweisen äh du willst was willst du noch mehr Sand du willst mehr Sand haben ne wir haben doch schon Sand ein bisschen Pflänzchen oder machen wir hier noch das ist schon gut hier ne das reicht ein bisschen Pflänzchen brauchen wir noch was habt ihr denn gerne hier magst du sowas magst du nicht ne der mag das nicht ne vielleicht sowas auch nicht scheiße äh und das hier das mögen nur die Pandas ne ja Kruzifix hey lass mir doch das Zeug das geht wo war denn das jetzt hier das da äh ein bisschen ein bisschen ein bisschen hier ein bisschen grün mag gehen ja so machen wir das so machen wir da oben noch ein bisschen ja so Sintgrote wo ist denn der andere hin hallo da hat er wieder mitgenommen ne die Schwalenbacke ja trinken ja trinken ich hab gelesen äh haben wir ja gelernt letztens dass ähm was er hier auch trinken kann ne Sittaini wir brauchen Sittaini Söhne Sittaini uiuiuiui da ist ein bisschen fett groß ne machen wir in die Tiefe hier ein bisschen so ah so ne hast du Sittaini drin ne ja jetzt können die Leute hier schön gucken verletzt ja Kruzifix ist ein verletzt die Sau oh Spendenbüchse haben wir vergessen Gibt's doch nicht wo sind denn die Spendenbüchse jetzt hier 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 so Spenden bitte wir wollen Spenden haben hier auch noch Spenden haben bitte äh Klo haben wir hier in der Nähe da müssen wir gucken ja was wir jetzt machen ist nicht die große Frage ja hier hätten wir auch noch ein kleines Plättchen was machen wir hier hmm ja das ist jetzt die Frage ne ja jetzt wie geht's weiter hier ne ich hab keine Ohnung hier hmm schwierig schwierig ah äh ist ja nichts gut da äh hier an der Basse kann man ein bisschen weiter ziehen ja äh grosser grosser äh weiß ich nicht ob wir oben noch oder wieder runter gehen irgendwie von der Höhe her scheiße ist das schwierig jetzt gerade ich mach jetzt einfach mal den Böden hier und dann kann man so hier äh da gab's doch da gab's doch irgendwas hier von geil wieder ist das hier so so vielleicht oh Gott ist das scheiße vielleicht noch ein bisschen ein bisschen erklärt ne so sieht doch mal gut aus probieren wir mal die citrasse weiter bauen scheiße das war so ein Weg oh fuck oh ne oh verdammt ah machen wir es so es geht auch ähm hier und hey 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 wow 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 das wollte ich jetzt nicht he du sollst hier weiter hallo hallo was machst du wieso willst du da runter ich will da hoch sag mal sag mal müssen wir es schmaler machen oder was ah war so breit schön breit ne acht geht machen wir halt hier acht breit ey da ist ein style die so jetzt können wir hier das verbinden äh 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 mh hier könnte man vielleicht hier die wand kopieren kopieren x erdrucken äh äh runde machen äh äh ungefähr so ne jetzt müssen wir jetzt erstmal hier auch nicht da rein nicht da rein nicht da rein äh wir können jetzt einfach so kopieren ich hoffe wir können können eine Wegemarke ja den können wir verschieben vielleicht scheiße Drecksau ich will dich ja noch verschieben du Sau wieso geht das x jetzt nicht mehr du Hund scheiße dann löschen wir den scheiß halt so jetzt muss er auch noch weg hier jetzt haben wir es hier so jetzt haben wir die scheißstraße wegmachen hat er schon hat er hat er hat er hat er zu viel gemacht jetzt ist besser soo aber hier ist alles ok hier ist nicht ok wir haben noch Grünzeug scheiße kurz hier so ein bisschen äh das Kraswegmoe da soo jetzt haben wir hier noch ein Gehege wo gar nichts ist das habe ich jetzt einfach nur so gemacht dass wir da ich weiß noch nicht was da rein ne irgendwas kleintiere dann momentan müssen wir die eh noch nicht die haben doch noch Ehre ir gg gg ähm was ist da was da tierarzt kann dann das war aber vorhin jetzt warum soll jetzt ein tierarzt hier rein na gut dann wir haben doch einen tierarzt oder oder sind die ne die sind alle ok ach so ja ähm Hansi was hast du gemacht warte doch jetzt warte doch jetzt scheiße du Hund du Blitz ich muss mal stoppen muss mal abbauen hier scheiße 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 jetzt na na ist das schon ist das nicht hat er hat er hat er hat er nicht kann er jetzt wenigstens rein oder immer noch nicht ne doch jetzt geht's also das geht so hier ne puh das ist aber war aber hier voll scheiße ne so jetzt haben wir hier auch noch ein schmales Teil wir haben da unten fräsen können wir nicht hier oben auch noch irgendwas trinken oder sowas machen hier was mögen denn die Leute Kaffee schmeißen wir hier so einen Kaffee hin ähm Wasser ja klar zum Kaffee gehört nachher Wasser jetzt müssen wir doch so ein Ding haben hier so eine Außenhülle nochmal eine Außenhülle hier so äh was da ganz wichtig ist ne äh das ist hier um einen Müllkeimer ne ein Mülleimerchen und jetzt brauchen wir ein bisschen Licht noch Licht, 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 Licht wo sind denn meine Lumpen hier die nehme ich immer so das ist schon noch nicht schlecht hier im Eck noch hier in die Kurve tut du weh jetzt haben wir ein bisschen zu viel ne ja hier ist noch ein bisschen dunkel so jetzt haben wir hier was haben wir jetzt hier noch zu trinken dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen was essen oh die brauchen auch noch was zu sitzen hier oh guck hier kann man sitzen nein nicht da rein scheiße hier kannst du sitzen nein nein ist das gut ist das gut ne hier beim Lämpchen da noch eins na das passt schon hier könnt ihr auch noch sitzen scheiße mehr braucht ihr nicht jetzt brauchen wir irgendwas zu fräsen haben wir gesagt ne hier ja Eis vielleicht Hotdog Mexikan nix Icecream ähm ähm hier hier so jetzt brauchen wir irgendwas noch hier für die Leute oder für die Kinder wo war denn jetzt der Scheiß da war doch hier bei Elektronik für die kleinen Kinder da können sie was zocken hier ne hier vielleicht so noch eins hier was haben wir denn sonst noch hier irgendwelche Kakadu hier so oder oder wie oder wat ne hier gehts nicht irgendwas was die die Kinder hier vielleicht so hier ne so ein bisschen ne jetzt haben wir hier so ein Ding dann haben wir noch einen da kann man ja vielleicht hier reinballern da können die Kinder wieder spielen hier wird das wird gut benutzt was ist denn das hier äh Wada Wada äh hier drüben machen wir noch nisch nichts wir könnten hier eigentlich ein Pisshaus einstellen hier drüben gibt es nämlich noch gar nichts dann machen wir ein Pisshaus ähm 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 Pissi Pissi wo sind die da Kakaus uuuh 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 nur das Lämpchen um äh äh switchen hier scheiße ja hier ich will das auch noch hier ach muss mich hier klicken hier kann man sitzen ne die Eltern können sitzen die Kinder können kacken dann ist doch das gut hast einigermaßen rein ähm ähm wir brauchen ein bisschen nature ach ne warte wir könnten ja hier ein paar was sind die blüben 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 was seid ihr denn jetzt hier wir die hier machen äh die Frauen mögen ja blüben und sowas ne das muss man ja auch was für die Mütter machen hier die mögen dat oh schau mal die schönen blüben an was die da haben ja wir die besten blüben mhm aber da gab es doch noch bessere aha descherl war die filter schwein da haben wir nämlich noch andere blüben für die Mutti hä hat er tun wir dann eine schöne blüben scheisse waren ich wusste wollte was haben grösser Bus äh das geht auch so ja das gefällt dem Müttern hier hä schöne Blümchen hat der Gärtner schön gemacht hier können wir auch noch ein paar scheiße es ist ja oben ne man sieht es zwar nicht aber hä Söhne Blümchen der könnte ja schön kacken gehen ist zwar nichts beschrieben hier alles ja doch guck mal ne die wollen gar nicht kacken gehen ne die wollen nur laufen so mach mal das denn zu hier mal ähm ist halt der Boden unten eben oder wat ei 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 das sieht aber das ist aber hier das sieht aber das ist aber hier ne ein richtiger Hubbel Hubbel ei 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 das ist aber hier wir haben jetzt noch ein Gehege wieviel haben wir denn jetzt 1700 wir müssen was späschern hier ist immer besser wenn man das späschert ne so also hier ist auch die Hölle los die Leute sitzen hier drüben ist schön da waren wir noch gar nicht gell hier drüben habe ich so ne das ist eine Straße einfach ne mit anderem mit anderem mit anderer Textur da kannst du da rein und wieder raus ein paar Boxen habe ich auch noch Musik müsste hier irgendwo trudeln und wo ist denn die Trudi trudelt doch nicht was ist der scheiß Sound ich hab doch da einen Sound hingewollert doch irgendwo irgendwo laberts hier dann habe ich ja hier hier drüben noch mit Steinen sowas gebastelt oben ein paar Dinger drauf Scheibenkleister man sieht den auch einfach so hier aufgehäuft ein Effekt hier rein gemacht mit Wasser so ein bisschen sprudel sprudel und Boxen hier hin das mögen die Leute und hier sollte auch Musik sein irgendwo da ist die Boxe und hier na gut Krokodile wären hier eigentlich geil ne hm das ist immer ne Frage wie komme ich da hin mit den Dingsleuten ne ja das ist immer die Frage weißt du du äh wir könnten eigentlich jetzt auch noch Dinger einladen äh anlocken ne Dinger haben wir schon gell ich hab schon hier Schlange Kröte und so ne Echse ne Hexe Echse wenn wir runterscrollen nur eine Seite ja irgendwas Texas Klapperschlänge die Frösche mögen sie ja unbedingt die stehen auf die Frösche ja mach mal mach mal weg hier oh jetzt kommt's aber warte doch jetzt ich muss doch zuerst mal einrichten meine Güte hier und nach oben dann muss man hier noch das warte mal das was das und das und ne da mal 2D 2 3 2D ne 3 2 das machen wir hier 2D so jetzt sieht das schon mal so aus könnt ihr mal ein bisschen auf die Seite gehen ich muss hier arbeiten so ihr liebt ja Frösche ne hier ist Gutes zu viel gewesen fälsch dich gell nein 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 nicht so ein bisschen mehr so so meine Damen und Herren jetzt kommen alle hier hin leck mich aber so jetzt gehen alle da gucken verflucht jetzt müssen alle hier gucken gehen ne alter jetzt hinten alles leer ne äh viele gehen gucken man darf halt nicht zu schnell ähm alles hinballern sonst hast du hier was mir aufgefallen ist wir haben hier hinten hier 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 nicht so viele Bäume wir brauchen Bäume Güney wir brauchen Bäume was machen wir denn hier von Bäume wir sind ja mehr europäisch äh nie ja nie oder nie ja ich hätte ja gerne so einen vollbuschigen Ding hier man muss halt immer aufpassen dass man das nicht hier weißt du hier auch irgendwie sowas macht ähm ähm das wäre natürlich hier so ein Baum ne das wäre natürlich jetzt hier was so vollmundiger Busch ähm Baum meine ich ah das ist gut das ist gut guck mal das sieht das sieht richtig gut aus das sieht gut aus das ist gut so jetzt ist der hier mach mal mach mal oder hm hm wenn wir jetzt hier das anpassen und hier unten die Elefanten machen ja ich hab ne Idee äh anpassen wir machen das jetzt hier so so dann müssen wir ein bisschen drehen hier so ziemlich knapp ich hoffe das geht dass ich hier den Zaun legen kann aber hier könnte man ja theoretisch den anderen Zaun nehmen da gibt es nämlich noch einen äh warte mal das ich muss mal ein bisschen anders gucken hier so ich muss noch ein bisschen näher so nah wie es geht am besten so dann ist das schon mal hier so das ist schon mal gut jetzt gehen wir mal gucken da gibt es ja das ist ja hier der ohne also Begrenzung ohne kann man auch machen hm weil ähm hier die kommen ja nicht hoch hier wir machen das jetzt einfach mal so hab ich jetzt da nicht geklickt ich hab gesagt ohne hier naja gut sind jetzt halt kleine hier das sieht nämlich besser aus wenn du hier ja muss ich gucken bin ich zu weit drin ne die müssen ja jetzt nicht unbedingt hier ganz unten rein laufen so das müssen wir dann wechseln können weil hier kommen ja nicht nur Elefanten rein sondern auch Giraffen und und so Quatsch ne jetzt brauchen wir eine schöne Mauer Mauern größer machen so ich glaube das ist schon mal nicht schlecht müssen wir hier entlang noch ein bisschen ne das reicht noch nicht gell so meine wir haben ja nachher viele Tiere drin ja hier ein bisschen so rüber äh machen wir schräg so hier dann könnten wir hier eigentlich hier so runter dass man hier dann das ihr Dings macht scheiße das ist aber geht das? ich sehe nichts kannst du hier nicht du kannst nicht hä hä warum warum nicht geht das so? na ah anscheinend schon ne ähm äh shit ch schweile schweile frag ja wie soll meine leute herunter scheibenkleister das ist jetzt die die frage ne wie 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 wir machen das einfach so hör auf mit dem scheiß du sollst das richtig machen na 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 du hund du blitz ja jetzt kannst du schon jetzt ist mir egal ja das reicht schon ähm wir brauchen brauchen dort türe türe hier eine dure wir haben jetzt hier so gemacht die wir brauchen eine wasser wo machen wasser 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 müssen machen machen hier ne ein bisschen wasser muss sein da so und dann hier so ein bisschen so ne ah das reicht doch das reicht doch so das ist nicht hier so glätten glätten wir mussten glätten dass elefanten besser rein laufen gehen es muss ein bisschen wenn wir mal einen Sand grob ne was macht man da unten erde äh für die dann machen wir hier wenn wir einen kleiner machen hier ne dann machen wir Sand rund um ja ich wollte eigentlich jetzt grober Sand haben wir grober Sand? ne haben wir nicht ne ich hab grober Sand und dann hier so ein bisschen so Feinersand jetzt müssen wir das auch ein bisschen verteilen hier so ne Weil ich weiss, dass die viele, 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 viele Sande brauchen. So. Da müssen wir auch noch Dings hinsetzen, ne? Dann, äh, das ist erstmal Wasser. Wasser fördern wir. Jetzt kommt die Küche, ähm, wohnen, schlafen. Wenn, ui, zu klein. Ich wollte, ah, genau, das wollte ich. Das grosse, für alle Tiere, weißt du. So, jetzt müssen wir das hier so ein bisschen scheiße. So, musste passen. Machen ganz runter. Guck mal, wie das passt hier. So. Und jetzt machen wir hier ein bisschen so von dem. Da können die hier drauf liegen. Ein bisschen düsen hier. Da blöden geht nicht, ne? Dann machen wir hier ein bisschen grünes. Weiss man ja nicht, was wir alles noch reinballern hier am Tieren. Ähm. Wir brauchen Futter-Sedelle. Das ist Wasser. Ne, das ist, was ist das? Futter-Sedelle. Die hier, für die Giraffen. Dann brauchen wir hier ein grünes. Das hier. Und wir machen... Ich weiß ja nicht. Machen wir das? Machen wir nochmal so eine Sousel hier, ne? Scheiße. Ja so, da können die Leute besser gucken. Wir machen jetzt trotzdem noch, äh, ein Ding hin. Wasser. Klein für... So klein haben wir jetzt auch nicht. Machen wir ein paar hin. Dann, 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 ne? So, jetzt haben wir hier ein drehbarer Futter-Lümmel. Dann hier was zum Spielen noch hier. Nochmal was zum Spielen. Dann hier was zum Ausbuddeln. Was haben wir denn sonst noch hier? Was war... Hier so was vielleicht? Ne. Ball, ja. Die mögen Bälle. Hier haben wir auch noch einen Ball, wo ihr spielen könnt hier. Dann hier vielleicht noch sowas hier. Was brachte denn noch? Äh, ein Baum zum ein bisschen Kratzen, ne? Was brauchen wir denn noch? Was können wir denn hier noch? Die hier kann man auch noch machen, auch zum Kratzen. Ne, muss ja nicht jeder hier. Ein bisschen zum Sudeln. Ja, gerne, ein bisschen Planschen. Da gibt's, glaube ich, noch einen. Machen wir, machen wir, machen wir hier irgendwo. Reingehen sie hier wahrscheinlich dann? Äh, eine Wasserdusche. Das mögen sie auch. Scheiße, das machen wir so. Was haben wir denn noch? Wir für sowas vielleicht noch, ne? Ne? Ja, sonst ist gut. Hätten wir eigentlich für vieles. Ja, hier ein normaler Ball vielleicht noch. Äh, dann liegt das gut. Ist schon wieder dunkel hier. So, was wir jetzt, bevor wir hier, oh, oh, oh. Das ist aber gefährlich. Wenn da einer reinfällt. Scheiße. Da muss er doch irgendwie noch einen Zaun oder sowas hauen, oder nicht? Da fällt mir einer reinfällt zu den Elefanten. Der wird jetzt disabled hier drin. Kann man auch nicht machen. Natürlich, wir gönnen. Ich mach jetzt den extra ein bisschen weiter, dass wir vielleicht noch was bauen können. So. Ähm. Wir holen mal, äh, holen mal, holen mal. Wir holen mal, äh, ich wollte holen. Tiere. Elefant. Das sind Afrika. Afrika, gut. Weil ich weiss nicht, ob die sich mit den indischen Dingsbums veröffentlichen. Ähm. Äh, fäh, 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 ähm. Ähm. Gi. Gi. Da nehmen wir so einen Gi. Da bräuchte... Nein, hau ab. Da bräuchte man noch, noch Ueds. Eine Anzeige. Anzeige und eine Box. Die dürfen natürlich nicht zusammen, zu nahe stehen. Die müssen ein bisschen Abstand haben. Hier haben wir natürlich keine Lämpen. Mein Gott, sind wir ja organisiert hier. Hier, die hier. Da muss auch ein bisschen beleuchtet sein hier. Warnung. So, wir haben jetzt das und das und das. Wir können gut gehen. Vielleicht kriegen wir so eine Gazelle oder sowas noch. Gazelle. Gazelle. Komm, du kommst jetzt auch mit da. Was wir wahrscheinlich noch brauchen, ist noch hier so einen... ...en Hampelmann. Eine Tierpflege. Nehmen wir zwei. Nehmen wir drei. Brauchen wir. Das sieht ein bisschen unfertig aus hier, habe ich das Gefühl, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Müssen wir vielleicht noch was machen. Das sieht schon ziemlich gewalt aus hier, ne? Also abhauen können sie nicht. Sollten sie nicht, hoffentlich. Und jetzt müsste hier eigentlich hier mal ein Hans-Peter kommen. Und hier mal ein paar Dinger einbauen. Wo sind die denn jetzt alle hier? Da. Ja, ich habe nur einen Tierarzt, ne? Das ist scheiße. Ich brauche mehr Tierärzte. Tierärzt. Tierärzt. Ja, so. Sie war ja Tierärzt. Gehst du gut gehen? So, jetzt haben wir hier unten... Oh, was haben wir vergessen? Ja, ja, vergessen. Müssen wir warten. Die Bepflanzung. Ah, hier kommt der Eli. Ja, hier. Gefällt's dir? Mir gefällt's. Afrika. Können wir hier so vielleicht so... Gefällt dir, ne? Oh, das gefällt dir. Und der geht auch? Der geht auch. Machen wir sie hier. Können wir nämlich hier hinten... Ein bisschen hier drehen. Dass man hier die andere Seite... Nicht so sieht. Ne? Und dann hier so vielleicht so ein... So ein hier rein. Das gefällt dir auch. Müssen wir ein bisschen gucken, dass man hier die Leute nicht... Ja, hier. Komm. Wir machen das hier hin. Ne? Ein bisschen verstecken. Da sieht man das nicht, da das Loch ist. So, jetzt haben wir ne... Ne... Herr Elefant. Ne Giraffe ist auch schon da. Das ist alles gut hier bei dem. Und was ist mit dir? Na, geh doch mal weg da. So. Ähm. Dir gefällt... Alles gut. Dir gefällt auch. Ah, das hab ich vergessen. Ne, Pfleger zugewiesen. Das ist gut. Den gefällt's hier. Jetzt haben wir aber nur hier... Wir brauchen noch mehr von dem Zeug. Nein. Wir brauchen mehr. Gazelle? Haben wir Gazelle gekauft? Scheiße, weiss nicht. Kauf mal Gazelle. Kauf mal noch eine Gazelle. Es sind ja immer zwei, ne? Weissens. Es sind immer besser. Ele. Ele. Der ist aber teuer, du, ne? Ähm. Was hatten wir noch? Ah ja, Giraffe. Eine Gilave. Ein Mädchen. Ja, ist ja gut. So. Mindestens. Na, wieder, wieder auch. Von jedem zwei. Jetzt haben wir vergessen, die, die, die Bildschirme hier zu verbinden. Wo ist denn das Ding hier? Wo ist denn der Scheiß? Geh doch mal weg. Ich seh nix. Wo ist denn der? Hallo. Ah, hier. Ähm. Aufregionischer Gelefant. Dann hier machen wir, äh. Eine Giraffe. Giraffe. Dann wir brauchen noch eine, hier, machen, ähm. Machen Fernsecher. Scheiße. So. Wir machen hier, kommt die Gazelle. Ach rein. Da gibt ja keine Information, weil, ist einfach zu nahe, hier, ne? Äh, ist viel zu nahe. So, wir sitzen mit eurem Wasser aus. Müssen wir hier noch ein, ein Wasserschmutz, Entschmutzer haben, hier? Machen wir ein. Äh, Elektrik. Waschaufbereitung? Oh, scheiße. So. Ne, warte denn jetzt. Wo ist denn jetzt? Hallo. Schiedras. Da. Und eine Schmutzfänger. So. Dann ist das auch gut. Dann wird das Wasser gereinigt. So, wie sieht's denn aus hier? Ne, komm, dann machen wir hier. Der Tierpfleger. Das ist gut. Hier haben wir eine Gazelle. Ist auch gut. Ne? Zwei in einem. Ja, der Dude. Ne? Da habt ihr Freude hier drin. Jetzt noch ein Löwe rein und dann haben wir alles gut. Ne. Was kann man denn da noch? Ein Zebra vielleicht, ne? Sagen wir mal, mal kicken, kicken wegen Zebra. Eine Zebra. Na, warten wir noch. Wenn es grün ist, ist es besser. Ups. Ähm. So. Jetzt haben wir hier schon ein dünnes Gehege. Jetzt mal speichern wir mal. Und da. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt 1000 mehr Leute drin. Wir haben jetzt nämlich schon 2200. Sind alle da hinten am gucken. Das interessiert die gar nicht mehr. Spendbüchsen. Ich wollte eigentlich Tschüss sagen, aber ich kann einfach nicht raus. Spenden. Spendet. Los. Hier. Ihr seid alle da. Ihr habt alle Geld. Ihr habt die Kohle. Kommt. Ihr seid so viele Leute. Jeder spendet, sagen wir mal, 10 Euro. Ne? Oh ja, das ist cool. Da haut es rein. Oh, da kommt die Gaule hier. Oh, scheiße. Da haben wir auch noch keinen. Da müssen wir noch mehr. Komm, spenden, spenden, spenden. Kommt, kommt, kommt. Na, haut rein. Ja, immer schön rein damit. Wow, 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 wow. Dann kann ich weiter Pizza kaufen. Gut, also, ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir machen dann wieder weiter. Also, bis dann. Tschüss.